So, hier sind wir wieder. Dann geh mal rüber. Mein Lieber, gehen wir nochmal runter. Ich warte mal, bis du da weg bist. Genau, warte mal, wir haben ja schon gedreht. Und vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, was sich da bewegt. Das kann natürlich auch sein. Ah, klar, ich muss das ja bewegen. Du siehst uns nicht? Ach komm, kommst du da jetzt hoch. Was ist mit dir? Was läuft mit dir falsch? Oh, hier. Vielleicht hätte ich auch gleich da rüber laufen können. Oh, Gott sei Dank. Speicherpunkt. Sag doch mal, wie gefällt euch das Spiel? Und kanntet ihr das eigentlich auch? Oder nicht? Also ich bin wirklich aus purem Glück drauf gestoßen. Auf Steam. Okay. Okay. Okay, jetzt da rummer dumm und rüber und... Nee, lass dich mal fallen. Da kannst du nichts machen. Wovor die Hand rein, hä? Nein, wir brauchen das doch noch. Wir brauchen das doch noch. Und das nehmen wir dann schon wieder, ne? Oh. 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 Okay. Und nun? Trämo. Trämo. So. Hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht so? Ja. 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 Ach ja, ich muss es darüber... Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, dann mach das nochmal. Ich muss da nochmal rein. Okay. Ich muss es hier hinkriegen, irgendwie. Werde mal. So. So ist doch okay. Ne? I think so. So, hoch mit dir. Und... Nochmal rüber hier. Zack. Und hoch. Und dann... Nein. So. Runter oder hoch jetzt? Nein, runter. Nein. Nein. Dann wäre ich schon wieder gestorben. Das habe ich gesehen. Oh nein, hoch! Oh nein, oh nein! Nein! Nein, 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 nein. Nein. So. Ich komme runter, 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 runter. Okay. Jetzt können wir ja kurz mal auf die andere Seite noch gucken. Da könnten wir theoretisch durch. Die haben alle Husten. Guck an. Scheint was nicht ganz so gut zu laufen. Sind alle krank, die armen Leute. Oh, Gott. Yay, geregelt hier. So. Na. Oh nein, das müssen wir jetzt da drin lassen. Oh nein. Aber dann kriegen wir bestimmt gleich nochmal ein neues, oder? Wir müssen uns von der anderen Seite, okay, wir müssen uns von der anderen Seite wiederholen wahrscheinlich. Wir können uns da nicht. Aber wie kriegen die Knie jetzt da hoch? Wie kommen wir da hoch? Was ist das dust? Ich muss noch da irgendwie hochkommen, wahrscheinlich hier, dann hier, dann hier, dann hier, so. Oh Gott! Ich probiere jetzt mal, das ist zwar jetzt total blöd, aber ich probiere jetzt mal jedes Bild aus, vielleicht. Komm, wir probieren mal. Das ist mit der Sonne aus, vielleicht. Vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß es nicht, aber wir werden gleich sehen. Na, lass dich fallen. So. Nochmal? Wahrscheinlich ist das total Bullshit und hat überhaupt nichts damit zu tun, nur ich komme daher gar nicht raus sonst. Ich wusste auch nicht, was es sonst mit den Bildern da zu tun hat. Mit den Fernsehern. Mit den Monitoren! Oder ich kann das mit dem Strahlkopf machen, geht das vielleicht auch. in der Schule aus. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Da. Hä? W-w-w-w-was? Aber wenn ich das rausmach, dann geht das ja wieder zu. Und von da oben... ...kundiser. Aber ich glaube, ich kann ja überhaupt nicht. Ich kann da weder auch rüberhüpfen, noch ähm... Ah, ich kann hier hochhüpfen! Ah! Verstehe. Ja, warten Sie. Ich warte mal, bis das Will wiederkommt. Ja, 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 ja. Ich verstehe! Komm, lauf, 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 lauf! Hallo? Ah, okay. Das geht automatisch. Das ist ja auch phänomenal. So. Dann müssen wir das jetzt mal machen. So. Oh! So, jetzt auch noch runterschnau. Hüpf, hüpf. Und lauf. Und lauf. Oh, Gott sei Dank, wir haben's geschafft. Huh! Hüpf! Ich glaube, wir müssen noch eins runter. Ich glaube, sonst wären wir getötet worden. godsendessen! oh, nein! Oder doch nicht. Doch. Wie schaut es denn hier aus? Das ist ja mal krass. Okay. Was können wir jetzt machen? Ich glaube fast, hier können wir gar nichts machen, oder? Einfach nur gucken. Die Bildchen angucken. Könnte das sein? So eine kleine Überraschung zum Beispiel. Aber da können wir ja auch nichts machen. Da müssen wir doch. Vielleicht müssen wir da rüber. Ja, ich glaube, das war so ein nettes, so ein netter Spezialblick. Vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht war es ja entwickle oder sowas. Okay. Ich lasse mich mal feiern. Hoch. Okay, hoch geht es nicht. Mal runter. Okay. Speicherpunkt. Jetzt müssen wir unser Tegelor wieder nahe doa. Mal schauen, ob das wieder rausgeht. Okay. Ja, dann machen wir wieder rein. Müssen wir same, same, but different. Wieder durch und schauen, wie wir von anderen Seiten unser nettes Armbändchen wieder kriegen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.